Ich lebte in Wohnung 1b eines Wohnblocks. Sie war im zweiten Stock, am Ende eines Ganges, der zu den anderen Wohnungen führte. Und für eine ziemlich lange Zeit lebte ich auch gerne dort. Ein ruhiges Haus, angemessene Mieter und keine Probleme mit den Hausbesitzern und den anderen Mietern. Vor ein paar Monaten jedoch fing ich an, immer wieder Lärm aus der Wohnung direkt über mir zu hören. Wohnung 1c. Es klang wie ein kleines Kind, das dort herumrannte und spierte. Das Komische an der ganzen Sache war nur, dass es das nur nachts tat, ab elf Uhr oder sogar später. Ich habe es so lange ignoriert, wie ich konnte, aber ich muss früh aufstehen und zur Arbeit gehen, also musste ich ja irgendwann etwas sagen. Als das Kind eines Nachts wieder sehr laut war, es muss so gegen Mitternacht gewesen sein, stieg ich die Treppen hinauf und stand vor der Tür von 1c. Ja, er war definitiv da drinnen. Ich klopfte an die Tür und sofort hörte der Lärm auf. Es muss einer dieser Momente gewesen sein, in dem ein Kind bei etwas Bösem erwischt wird. Es bleibt stehen und stellt sich nicht um. Ich musste bei dem Gedanken daran lächeln. Ich war ihm ja auch nicht böse oder so, aber es öffnete niemand die Tür. Also klopfte ich nochmal und sagte, Hey du, könntest du vielleicht etwas leiser sein? So kann ich nicht schlafen. Niemand antwortete, aber das Kind war still, also ging ich zurück in meine Wohnung. Auf dem Weg hätte ich jedoch schwören können, eine Art Kichern und ein schnelles, tiefes Klackern gehört zu haben. Ich ignorierte es vorerst und legte mich schlafen. Nach ein paar Tagen war das Kind wieder da. Die ganze Nacht rannte es auf und ab und machte unerträglichen Lärm. Ich wollte nicht noch einmal hoch und dort klopfen, also ging ich am nächsten Tag zur Verwaltung, wo ich auch gleich den Papierkram für eine Beschwerde wegen Ruhestörung bekam und diesen auch zügig ausfüllte. Als ich es der Frau am Scheiter zurückgab, las sie es sich kurz durch und schaute mich an. Sie sagte, 1C steht leer. Ich fragte sie, welche Wohnung über 1B wäre und sie antwortete, 1C. Ich war mir sicher, dass der Lärm von dort kam, aber sie holte die Aufzeichnungen und 1C war tatsächlich leer. Sie hatte sogar noch die Schlüssel hinter dem Tisch. In dem Büro waren noch ein paar andere Leute. Sie schauten mich an, als wäre ich verrückt. Ich wollte daraus wirklich keinen großen Akt machen, also ging ich nach Hause und ignorierte das Kind, oder was auch immer es war, so gut ich konnte. Eines Nachts wachte ich wieder auf, aber dieses Mal nicht, weil das Kind wieder Lärm machte. Irgendetwas tropfte auf mein Gesicht. Deswegen stand ich auf und machte das Licht an. Ich sah, dass durch die Decke über meinem Bett Wasser tropfte. Abgestandenes, dreckiges Wasser. Ich rief bei der Notfallnummer der Verwaltung an und sie schickten sofort einen Klempner. Ich war ziemlich sauer. Mein Bett war schmutzig und durchnässt. Ich konnte nicht mehr schlafen und ich musste in ein paar Stunden wieder arbeiten. Als also der Klempner kam, gingen wir direkt zur Wohnung 1C. Er hatte die Schlüssel, also war das Reinkommen auch kein Problem. Überall war zentimeterdicker Staub, der herumzufliegen begann, als wir die Tür öffneten. Ich fühlte, wie er in meinen Mund und meine Nase drang. Es war außerdem ziemlich kühl, obwohl es draußen etwa 20 Grad waren. Der Klempner und ich hielten uns die Nase mit unseren T-Shirts zu und gingen direkt durch das Wohnzimmer ins Schlafzimmer, welches direkt über meinem liegt. Da war eine Wasserlache, die aus dem Bad kam. Dort war ein Wasserhahn aufgedreht und das Waschbecken war übergelaufen. Ich schaute zurück ins Wohnzimmer. Dort waren meine Fußabdrücker, die des Klempners. Und das war's. Wir stellten den Wasserhahn ab und da der Klempner nicht allzu interessiert daran war, mit mir zu reden, ließ ich in den Rest alleine richten. Jetzt wollte ich allerdings wissen, wie das Ganze passieren konnte. War jemand eingebrochen? Außen neben dem Schlafzimmerfenster war ein Abflussrohr angebracht, also zog ich die Rollläden hoch, um es mir anzusehen. Das Fenster war jedoch von innen verschlossen worden und war auch nirgendwo zerbrochen. Das einzig Ungewöhnliche war, dass an der Innenseite der Scheibe ein einziger staubiger Handabdruck war, der aber verschwand, als ich dagegen hauchte. Zu diesem Zeitpunkt war es allerdings schon sehr früh, deshalb ging ich einfach wieder nach unten, um noch so viel Schlaf wie möglich zu bekommen. Gesehen habe ich in 1C sonst nichts Besonderes, aber ich bin mir sicher, dass ich damals etwas gehört hatte, als ich ging. Vielleicht war es aber auch nur der Boden. Ich glaube, dem Klempner ist dort irgendetwas passiert, denn es gab einige Schäden in dem Haus und die Verwaltung musste ab dem Tag eine Firma beauftragen, damit sie repariert wurden. Der Klempner war eine ziemlich lange Zeit weg und selbst nachdem er wiederkam, war er die ganze Zeit nur am Husten und drang nach Luft. Naja, zumindest war es bei mir ruhig und ich hatte keine Probleme mehr mit 1C. Zumindest nicht bis zur nächsten Woche. Es war laut in dieser Nacht und wenn ich sage laut, dann meine ich wirklich laut. Das Kinn sprang die ganze Zeit auf und ab und stampfte in der Wohnung herum. Und dann noch die ganze Zeit dieses Kichern, gemischt mit dem Klackern. Wo das herkam, weiß ich bis heute nicht. Ich hatte einfach genug, also rannte ich hinauf zu 1C und hämmerte gegen die Tür. Ich schrie wen auch immer an und bröte, dass er verdammt nochmal die Klappe halten und mich schlafen lassen solle. Das war der Moment, als mir jemand sagte, ich solle mich beruhigen. Ich muss wohl das ganze Treppenhaus aufgeweckt haben, denn fast jeder steckte seinen Kopf aus der Tür heraus und starrte mich an. Ich fragte sie, ob sie auch etwas gehört hatten und ihre Antwort war, nein, 1C steht leer. Also fragte ich, ob sie diesen Lärm gemacht haben und dabei muss ich wohl geflucht haben, denn sie drohten mir mit der Polizei und sagten mir, dass ich einfach wieder schlafen gehen solle. Ich hatte wohl kaum eine Wahl, also ging ich wieder zurück in meine Wohnung. Am nächsten Tag ging ich zur Verwaltung und bedankte mich dafür, dass mit all meinen Beschwerden vertraulich umgegangen worden war. Ich entschuldigte mich auch für die vorherige Nacht, versprach, dass so etwas nie wieder vorkommen würde und schenkte der Frau am Schalter eine Packung Donuts. Die Frau verschwand kurz, um ihren Kollegen etwas anzubieten und ich nutzte die Gelegenheit. Ich beugte mich über den Schalter und nahm mir schnell die Schlüssel für 1C. Danach ging ich zur Arbeit. Auf meinem Heimweg kaufte ich eine Taschenlampe und einen Mundschutz für den Staub. Ich wusste selbst nicht genau, was ich vorhatte, aber als der kleine Bastard über mir wieder herumspring, ging ich die Treppen hinauf, legte den Mundschutz an, öffnete die Tür von 1C und ging hinein. Ich ließ die Tür zum Treppenhaus offen stehen, damit ich von dort ein wenig Licht in die Wohnung bekam. Allerdings half das nicht allzu viel und als ich eintrat, schlug die Tür hinter mir zu. Es war ziemlich staubig und dunkel da drinnen. Ohne meine Taschenlampe hätte ich wohl gar nichts gesehen. Das Ungewöhnliche war, dass es, obwohl die Fenster geschlossen waren, ziemlich windig war. Deswegen flog der Staub auch überall herum. Selbst meine Taschenlampe konnte wegen dem Staub nicht viel ausrichten. Dennoch ging ich weiter. Es gab nichts Besonderes in der Küche, nichts im Wohnzimmer, nichts im Abstellraum. Also ging ich in Richtung Schlafzimmer. Ab dem Moment, wo ich das Schlafzimmer betrat, wurde es verdammt kalt. Ich konnte meinen Atem sehen und der Staub spielte immer noch verrückt. Trotzdem ging ich noch weiter hinein, um mich umzusehen. Dann ging plötzlich meine Taschenlampe aus, was komisch war, da ich am selben Tag noch Batterien gekauft hatte. Ich versuchte, die Lichtschalter zu betätigen, aber natürlich war der Strom abgeschaltet und das einzige Licht war das der Straßenlaternen durch die Rohrläden hindurch. Das Atmen fiel mir wegen dem Mundschutz immer schwerer, deswegen nahm ich ihn ab. Es war so staubig, dass es so und so keinen Unterschied gemacht hätte. Es wurde immer kälter und in dem Raum war nichts Besonderes, deswegen entschied ich mich wieder zu gehen. Ich drehte mich um und sah, wie der Staub sich hinter mir sammelte. Er schwebte nicht einfach so herum. Er nahm definitiv die Form von irgendetwas an. Aber ich konnte nicht atmen, geschweige denn sehen, deswegen ging ich zur Seite, um etwas Licht darauf scheinen zu lassen. Es war ein Gesicht. Ein Kindergesicht. Es lächelte kurz und machte dann dieses komische Klickgeräusch. Dann flog es in meine Richtung. Ich wollte schreien, jedoch kam der Staub in meinen Mund, also hielt ich die Luft an und stieß das Kind zur Seite. Ja, ich stieß es. Ich bin mir ziemlich sicher, etwas Körperhaftes gespürt zu haben. Danach rannte ich aus dem Schlafzimmer in Richtung Tür, aber sie war verschlossen und die Schlüssel funktionierten nicht mehr. Ich hatte Schritte hinter mir. Leichte Schritte und das Kichern eines Kindes. Als das näher kam, trat ich so fest ich konnte gegen die Tür. Letztendlich brach sie auf und ich stürzte in das Treppenhaus. Das hatte nun jeden aufgeweckt und ich wurde angesehen, als ob ich wahnsinnig geworden wäre. Ich konnte nichts sagen, musste die ganze Zeit wegen dem Stab Pusten. Deswegen zeigte ich einfach auf die Tür. Später redete ich mit einer alten Dame über den Vorfall und sie sagte mir, dass man an meinem feuerroten Kopf und an meiner schweren Atemnot gesehen habe, dass etwas nicht stimmen konnte. Ein paar gut gebaute Kerle gingen daraufhin dort hinein. Sie brauchten jedoch keine Taschenlampe, denn nun funktionierten die Lichter einwandfrei. Sie erzählten, dass sie Fußspuren gesehen hätten, die meisten von mir, aber da waren definitiv noch andere gewesen. Viel kleinerer als die meinen. Einer erzählte außerdem von einer großen Ansammlung von Staub in Form eines Kindes vor der Tür. Am nächsten Tag zog ich in eine Wohnung ein paar Häuser die Straße hinunter ein und die Verwaltung stimmte sogar zu, mir meine Mietkaution zurückzuzahlen, wenn 1b im nächsten Monat verkauft werden würde. Es schauten sich also einige meine Wohnung an, als ich noch auszog. Einer fragte mich, ob es Probleme mit den Nachbarn, lauten Kindern oder ähnlichem geben würde. Ich verneinte. Er nahm die Wohnung. Gestern traf ich ihn in einer Kneipe und fragte, ob die Wohnung immer noch so still sei. Seine Antwort war. Ja, meistens schon. Jedoch kommen manchmal Geräusche von der Wohnung über mir. Ich fragte ihn, welche das seien, und er antwortete. Es klingt wie ein Kind, das weint. vamos miten herzcaust vor. Ing. 2 18 19 21 21 Untertitelung des ZDF, 2020